Was ist das denn für ein Ding? Blüten-Schmacht. Der hat also ordentlich Hunger auf Blumen, was klar. Der sieht doch aus, als hätte der Schmacht auf Blüten, ey. Oh Mann. Was sind das für komische Dinger hier? Die Gläser, ne? Die sehen irgendwie nicht so gut aus. Umwimsen, würde ich sagen. Verstärkt befindet sich... Achso, der kriegt halt einen Buff, der mit der heftiger, der Typ, ist klar. Achso, wir haben Zeit, bis der Typ diese komischen Wellen in die Richtung ausstößt. Dann müssen wir die Toten haben. Oh, heftig. Wenn ich mich durch, dass der nicht nur Schmacht auf Blüten hat. Da bin ich wohl als Vilvari hier gerade ein bisschen falsch. Das ist falsch. Komm, 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 komm. Bohe! Oh, ho. Hör, hör, hör. Oh, ho. Ah, joh, 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 joh. Joh, joh. Ha. Kann man mit diesem komischen Zweig hier irgendwas machen, der hier liegt? Ja, da kriegt man Spezialangriffe. Die sind aber nicht so dolle, glaube ich. Also diese komischen Wolken hier von diesem Kasper, die sind echt eklig. Liegen sie aber alle hier. Er flippt komplett aus, der Typ. Das war's für mich. Da liegen sie noch alle auf dem Boden und der Ararist, das geht schon, ich hab keinen Bock mehr. Okay, wenn man weiß wie es geht, ist es relativ kurz hier. Äh, ja.